Check this out So, haben jetzt alle ihre Huben Ja, die hab ich Ja, dann tue Huben maßweise Gut Dann, in diesem Sinne Leute Grüß dich servus und herzlich willkommen Wir kommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 5 Ja, Mahlzeit Servus Moin Ja, wir haben uns hier wieder versammelt im Dunkeln Weil es hier einfach nie hell wird Ja, ist doch so, es ist die ganze Zeit dunkel, Mann Hallo Hallo Grundregel Team ADHS Es wird bei Nacht gestartet Den Tag durchgearbeitet und bei Nacht aufgehört Ist euch das noch nicht aufgefallen? Wir sind hier nicht im Bausimulator Ja doch, Jason macht doch alles kaputt Ja Ja, der reist immer überall Ist doch scheißegal welches Spiel Es ist immer so, dass wir in Dunkelheit starten Ja Ja Und wir starten heute in ein neues Arten In ein neues Rennen Nachdem Nachdem das letzte Mal Daniel mit dem Bugatti gewonnen hat Ich nicht mehr rangekommen bin Und die anderen beiden lediglich gescheitert sind Glück Glück bei mir, Glück Fahren wir heute kein Rundkursrennen Sondern ein Spinn-Trend Und zwar das Kolossus Da verkack ich Würde ich sagen Das ist mal mein Lambo Ups Entschuldigung So Die Strecke ist 55,1 Kilometer lang Daniel Ja, dann ist halt auch so um die 25 Minuten 20, 25 Ich habe in den 15 schon gefahren Komplett? Hast du für Mathe und Englisch gelehrt? Nö, hab ich nicht Schlecht Scheiße, das muss ich auch noch machen Ganz schlecht fest Ganz schlecht Ich habe es jetzt extra gesagt, wenn du da bist, Daniel Das ist schon ars Ich lerne morgen auch Für dich zu warten Wie war jetzt hier gerade los? Ich habe neun Zuschauer gerade Das wird halt gerade interessant Das ist halt gewohnt Mathe musst du eh gefühlt nichts können Also ich habe halt eigentlich schon alles Das ist ein guter Kollege Das ist ein guter Kollege Julien besoffen und frech Ja, vorab an die Zuschauerschaft Schonmal sorry Wenn jetzt gleich wir nicht eventuell wieder so gespräche sind Aber wir letztes Mal im Rennen auch Wir müssen uns hart konzentrieren Ach was, wir fahren doch aus Fun Also können wir auch mit dem Chat reden Ja, mach du mal Kannst du ja machen Ich muss gucken, damit der Bugatti nicht wieder wegfährt Ja, ich muss aufpassen, dass die beiden mir nicht wegfahren Hier, was Chasen passiert ist mir scheißegal Was mich aber auch vorher dezent verwirrt hat Das einfach plötzlich los da stand Und kein 3-2-1 oder so Hey, mach dir das bei V-Sanit Doch, bei mir ist gefühlt Oft, extrem oft 3-2-Slows Nein, wir fahren wohl echt Nein, wir fahren wohl echt Boah, ist halt anstrengend zu fahren Wenn ihr die ganze Zeit durch mich durchfahrt Alter Was? Checkpoint verpasst Wie bitte? Ich hab wieder los Ah Jetzt bin ich vor Lachen auch vorbeigefacht Hahahaha Alter, das kann doch nicht Marcel hat einfach nur Pech Aber wirklich, heute hab ich übeln Pech Er hofft mich wegzuschieben, du Arsch Ich hab die gar nicht weggeschoben Du warst heute unziehbar Nee, du bist in mich reingefahren Du Lümmel Lügel Friss meinen Staub Ich bin gleich Lügel Du frisst gleich meinen Staub Nein Nee Au Ach, weil sie ist da hinten für eine Kurve hier Aua Ja, die hat mich gerade hochgefegt Boah, was das denn? Der Bugatti ist schon wieder vorne Leute, streckt euch mal an Ich fahr durchs Willen Hier Keine Ahnung Hahahaha Nies doch, Alter Ey, auf Hör auf mich zum Lachen zu bringen, Mann Da kann ich nicht fahren Hahahaha Wurde halt dahin, wo ich nicht hin soll Lauf mit Jetzt hätte ich mein Drift Porsche gebraucht, damit die Kurven driftet Oh fuck, das war zu viel Oh, was ist das für eine Kurve? Oh fuck Alter, was sind das für Kurven? Geile Ja, für dich vielleicht 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 Aaaaah Aaaaah Aaaaah, ich beschehe jeden Checkpoint verpasst Nein, ich hätte Papa fast gehabt Jawohl Oh fuck Egal, 400, easy Harten Kontrollverlust Ja, so ein Rennen kann ich besser haben mit so viel Kurven fahren, wenn ich alleine bin, also und mich dann um sich konzentrieren werden Ach, ich muss ja jetzt noch von meinem Lachflash runterkommen Ja Tschüss, Chase Leck mich Ne Okay Nicht meine Aufgabe Doch, jetzt fahr ich auch noch vor dem Baum Oh ne, hör auf über Bäume zu reden, bitte Bäume Nein, ich hab bei mir Ach du heilige Eiche Ich hab bei mir immer noch ein Game mit einem Clan einen, der heißt Der Baum Chase, fick dich, fahr mir dich in den Arsch Doch, extra Minetrier ihn Oh dicker, er bremst doch vor mir hardcore Boah Was soll ich denn machen? Soll ich mit viel Hunger in die Kurve reinfahren oder was? Ja, sicher, Alter Könnt ihr mal auf mich warten? Nee Du konntest wohl auch nicht auf uns warten, also Ey, warte, komm doch nicht von der Strecke Auf dich zu warten, ruf ich auch nicht Quatsin, Kevin hat dir ein Liebesroman geschrieben Lest den, Mann Der kann's dir aber vorlesen Nee, keine Zeit, muss fahren Handy am Steuer darf man nicht Dein Chat, du musst lesen Wer ich? Der hauptsächlich Der hauptsächlich Die Leute stunden Was Checkpoint verpasst? Sehr schön, weiter so, mit Stolz auf dich Nee, nee, nee Äh, äh Ich wollte gerade permanent in den siebten Gang Schön, und wer hat jetzt gefragt? 350 Und der geht noch 370 So, die kommen jetzt Böse von Daniel einfach gar nichts mehr Ja, weil der wieder voll im Fokus ist, um das Ding nach Hause zu fahren Hey, Jason ist an mir vorbei Dann kommt der Trennig gefälligst Lass den doch nicht gewinnen Der, der, der schiebt die ganze Zeit, der rammt die ganze Zeit nur weg Hat ja 376, mein GTA ist am Limit Hat er bei mir auch Oh scheiße Richtig, richtig, hier alles fahren kann er nicht, der schiebt nur Er kracht mir auch Er kracht mir hinten hinten im Arsch rein, das ist doch eins das erwartet, der mich hier untersuchen kann Er ist mir den Arsch gekracht, hat er mir vorbeigezogen und hat mir eine Vollbremse gezogen und mich aus der Bank gehauen Danach Nein, fuck Also Kevin hatte recht, der hat mal wieder Schläge verdient Ah, man, eine Sache, die hier mal im Lambo noch zu trinken, da muss der braucht bessere Bremsen Ich sehe, ist der Lambo echt geil, aber er braucht bessere Bremsen Bisschen schnell Bisschen schnell Bisschen schnell Jawoll Es ist alle Vollgas, holt ihn euch Oh scheiße Nein Oh shit, oh shit Okay, dann checken wir damit, passt, oder? Ja Jetzt ist hier eine Matze, jawoll Matze, drück mal kurz auf die Bremse bitte Zeig mal wie so ne Scheiße grad zusammen, ey, das ist nicht mehr normal, ey Ich hab grad auch Nein, wieso? Weil es so ist Oh oh Das war knapp Noch was, wieso? Oh 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 Huh, klappt Nein, sorry Nein, sorry Oh alter, diese 90 grad gucken, die sind auch fies, ey Och nee, Kontrollverlust Oh scheiße Oh scheiße Ich hab da vor uns so viel kriss beschleunig gemacht Ich hab da vor uns so viel kriss beschleunig gemacht Ich hab da vor uns so viel kriss beschleunig gemacht Ja, manche Kuchen sind einfach scheiße Ja, manche Kuchen sind einfach scheiße Wieso? Warumst du mich denn jetzt auch mal nach links? Digga Meine Ideallinien-Ding ist gefühlt die ganze Zeit rot Fühle ich Wurde die ohne Probleme, ey, zu fahren Und auf diese fucking Spitzkurve Alles gut Alter, was ist das? Setzt mich so weit Ich brauch einmal ne gerade Linie Sag dir der Kopser Daniel, dein Zumpf hochst, ne? Der braucht ne gerade Linie Das war die Bande Ey, ich hab den doch Ich bin doch in der Hand Wie weit denn noch nach hinten? Der starb zurück Fährst du ja gefühlt konstant in jedem Rennen 400 Dazu kannst du ja ruhig zum Start zurück Auf gar keinen Fall Thoram Goli hat auch schon alle gefühlt Ja immer nur 400, 400, 400 Ja, weil ich einfach ne schnelle, ne schnelle Karre hab Aber trotzdem verkackt, weil die Kurve mach ich Der wird Autos los in die 100, der ich gar nicht möglich ist Wattes? Nichts, nichts Ich schaff's eh nicht mal euch, ich schaff's eh nicht mal euch einzuregen Wo ist der Kampfgeist? Ey, ihr seid 10% vor mir Und ich fall grad die Brücke runter, deswegen muss ich jetzt nochmal zurück spulen Soll ich auf dich warten? In deinen Träumen vielleicht würde ich das machen Trinkt hier auch nichts, wenn der Anil im Ziel ist, haben wir noch 30 Sekunden Das stimmt auch wieder Ohhhh, nein Oh shit Dann muss ich einfach auf Deutsch für mich sein Am Ziel vorbei Egalisch Jogic! Jogic, spürt der zurück? Ja, ich weiß das für mich die ganze Zeit so Ich hab das Gefühl auf der Strecke Irgendwie mein Auto ist viel schneller auf Topspeed als gerade Alter, ich häng schon wieder in der Grenze Da hab ich vorhin auf der Goliath nicht geschafft Bei mir aber auch Als ob dein Auto vorhin gedrossert gewesen wär Wie kommt der mir jetzt viel schneller vor? Ich hab's noch nicht dasselbe Auto, aber Der Porsche und Dings haben zirka die selbe Beschleunigung Komm schon, gerade Strecke da kann ich easy aufholen Boah ey, scheiß Wand Es gibt noch eine Strecke, wo du ziehen kannst Was ist das? Bin ich erster? Ja, bist du No, irgendwie hab ich das gemacht Der hängt die Gap Der Bugatti fährt die ganze Zeit hinten an der Wand Ich frage mich nicht warum Er kontinuierlich geht der die ganze Zeit schuppen gegen die Wand Obwohl ich nahe... Was ist das? Los GTR, HACKGAS Gute Pugel, gute Pugel jo AIAIAIAIAI Scheiße, die Wand hat mich rausgehauen Und da kommt die Hauswand Weil's kriegt Daniel auch nicht mehr wahrscheinlich Letzten Prozent Warte, was ihr seid schon bei den letzten Prozenten? Ich bin knapp auf 80 Du bei 3% vor dir 85 84 sind die letzten prozent ich habe keinen Plan was mit meinem Auto gerade auf dieser Strecke los ich kann die Kurven auch wenn die rot sind ich brauche nicht bremsen ich weiß nicht ob ich gerade noch irgendwie was mit diesen Automeisterung ob der immer bei war was den jetzt irgendwie so verändert hat oder so ich brauche nicht mehr so weit runterbrechen da ist eigentlich nichts dabei was den Fahrstil groß ändert ja du wundert mich auch aber ich brauche nicht mehr so hart runterbremsen ich kann hier so durchballern du musst richtig bremsen jetzt es kann auch sein ich weiß ja nicht das war ja eine erstellte Map und nicht von Horizon selber von einem Spieler dass der vielleicht irgendwie eine Auto-Einstellung was gemacht hat wenn man da was einstellen kann weiß ich ja nicht das wäre das einzigste logische was ich heute ich sehe Daniel halt die ganze Zeit auf der Mini-Map hier ist sogar die echt für den Arsch da vorne vierte Wetter Daniel die Bremsen sind für den Arsch der zieht immer zu Wand hin warum keine Ahnung oh Jungs 30 Sekunden Alter ich weiß nicht mal mit dem Auto gerade los war ja ich glaube ich schaff das nicht mal mehr ich bin jetzt bei 92 ja ich hab die Digga ich konnte die Kurven ey weil es war alles rot ich konnte da so durchballern leckt mich am Arsch ey ich krieg's in 10 Sekunden auch nicht durch wenn ich Glück hab komm ich zu 54 ich hab's geschafft doch das war knapp Daniel geil 30 Sekunden nach mir aber nicht schlecht das ist recht ich auch ich werde es mich nicht gekriegt wenn ich die ganze Zeit nicht diese scheiß Wand gehabt hätte ey ganz ehrlich nicht unbedingt ich sag ja ich weiß nicht was mit dem Auto jetzt am Ende los war die zweite Streckenhälfte aber ich konnte die Kurven so Vollgas durchballern ich brauchte nicht mehr Bremsen also ich musste so hart Bremsen ich war so extrem jetzt mal eben hier im Chat eben alles abschicken feine Bits Hauptsache ich bin im Ziel ey Mats es wurde gefragt wenn wir mal wieder Hetzjagd machen das wäre auch mal wieder ne Idee finden alles möglich Sonntag Hetzjagd H2 Wicked mach ein 7 Gang Getriebe raus und mach ein Anti-Lag raus verringert die Leistung ich bin mit dem Getriebe eigentlich ganz zufrieden und das Anti-Lag der hallo dann muss ey Mats ja Hetzjagd du meinst bei GTA Fangspielen ja mach bitte ne Idee ja nur das Ding ist halt ich gewinne ja eh wieder nein wir wohnen nicht alle in derselben Stadt ich wohne in der Schweiz eben Marcel ist Außenseiter ich bin der Schweizer Zircret ZIVO ja ist nicht gemein mit dem Tipp H2 Wicked aber ich bin jetzt nicht so der Typ der das Optimale hier rausholen muss ich mach auch an dem Feintuning und so mach ich auch nix und so ja wenn du willst dann mal wenn du weißt wie du hier vernünftig reinkommst Crazy German dann mach mit oder meinst du jetzt bei der Hetzjagd mitmachen du wurdest gerade zu einem Kopf ich glaube man meinst bei der Hetzjagd mein Ernst mein Ernst generell hey haben wir ein neues Mitglied für Team ADS muss man hier gegen Daniel Rennen fahren ich hab mich schon wieder herausgefordert jetzt fährt er sich wieder anders ja meiner auch jetzt fährt er sich wieder schwerfälliger meiner lässt sich jetzt wieder super fahren meiner lässt sich jetzt auch schlechter fahren in den Kurven meiner fährt jetzt wieder schlechter in den Kurven Crazy hat gleich geschrieben er hat auch ADHS also er würde ins Team passen ich komm bis zu der ist schon lang bitte bei einer Ergänzung hier jetzt ab meiner lässt sich jetzt wieder super fahren meiner lässt sich jetzt wieder schlechter fahren ja meiner fährt sich jetzt wieder schlechter also meiner also ich muss ehrlich sagen meiner ich jetzt gerade schon er lässt sich schlechter fahren also ich schließe mich da matze an da wollte ich jetzt nämlich gerne wissen meiner lässt sich jetzt wieder super fahren aber ich gehe davon aus dass er wirklich an den Einstellungen liegt Jason fick dich nein mach keine Kopf und Kopf dann warum du bist seit Mittwoch wach alter wenn nicht baue ich den mal ein Setup für dich ja ein Profi Setup damit ich hier trotzdem noch gegen jemanden fahren kann ja ich brauch kein anderes Setup ich bin so gut zufrieden mit dem Auto nicht gemeint Crazy German aber brauche ich nicht danke so hat einer Rennvorschläge oder so kennt leider ein paar gute Strecken ja ich werde mich jetzt auf jeden Fall mit der Hand zum Arsch ich werde mich jetzt zurückziehen denn ich gehe jetzt noch ein bisschen mit Geburtstag feiern Alter wir sind mitten in der Folge so wissen wir auch stimmt Entschuldigung ach Pfeife Schmopf ja mein Gott das ist spät das ist spät mein Bier ist leer hätte ich jetzt auch gesagt es ist halt der Alkoholverlust wieder schuld genau mein Bier ist leer ja sonst gibt es halt alles immer noch diese ganzen normalen Rennen keine großen Speziellen wir können das Flugzeugrennen machen gegen die Fahrer gegen die Motorradfahrer wir fahren auf jeden Fall nicht nochmal eine Stunde oder so also nein das ist ja das ist ja das wir fahren nicht nochmal eine Stunde Goliath alle nehmen das gleiche Auto dieses komische dreihältige Ding was ihr vorhin hattet ah ah ja genau ah ah da brauchen wir nicht da brauchen wir nicht ich meine man kann die Goliath Strecke auch nur eine Runde fahren dann brauchst du da nur 13 Minuten für man muss eigentlich da 5 Runden oder was fahren aber ich fahre halt nicht mit diesem 3Drehring also crazy wäre aber lustig also crazy ist immer mit dabei ja dann soll er doch jetzt reinkommen solange wir ihn rennen wir sind Jason überhaupt schon wieder ich bin noch neben euch ich bin noch neben euch ich bin noch neben euch nein du stehst hier bei uns nicht warum bin ich hier neben dir nein ich stehe öfter mal neben der Spur ich stehe öfter mal neben der Spur jetzt stehen nur Marcello und Matze neben mir der Matze auch nicht mehr der Matze auch nicht mehr bist du gerade weggeraumt? ich gehe nicht rein ja wohin ich bin noch gelb echt ich bin noch ich bin noch ich bin noch man noch mal fahren ja von meiner seite aus können wir noch mal fahren da wir nur eine runde fahren ja wir sind vorhin schon die goliath strecke gefahren direkt fünf runden an einem stück das ist dann über eine stunde das war die erste folge aufgenommen damals bei horizon 3 immer gemacht da bin ich 100 runden gefahren also mein ferrari lässt sich jetzt in den kurven wirklich wieder schlechter fahren wollte jetzt noch irgendeiner mitfahren aus dem aus dem chat oder so viel so viel so viele haben schreiben gerade ist das dann bei dir wenn du mal auf den tausend zuschauern bist oder 100 die leute machen wir langsam ich komme mit dafür gibt es einen slowmo chat und elite design wollen wir es ist auch zu geil wie die ganze zeit oben vor kevin immer noch angeheftet ist matze die katze schuldigung schuldigung 3er bmw also poppock in 46 alter er ist auf 624 haben wir keine chance gegen nein ich meine er vom level im spiel ja ja der roto ich glaube ich da ich weiß gar nicht bei juli 3 oder 4 war ich immer mal über 200 aber über 600 ist hart er muss ja das spiel hoch und runter suchen der wohnt hier der brot hier drin ich weiß nicht wie ich das auto durchnehmen soll ich will nicht fahren wenn crazy dabei ist ich bin dann mal weg tschüss ne nixer du bist es doch schon gewohnt nicht zu gewinnen aber gegen euch zu verlieren ist nicht so hart wie gegen jemand der gleich direkt dabei ist schon wieder das rennen man im chat wird immer noch der bügel vor ich glaube wir müssen dann auch noch mal eine runde vor allem aber mit ihm aber muss ich das halt erst noch kaufen ich habe den ja nicht so da bin ich raus das dauert mir dann zu lange nopel 6 m 600 warte goliathel labs hat er zehn runden nein aber ich habe da ich habe da nur eins gelesen ja das können wir nicht fahrt zwei stunden ich habe da nur eins gesehen alter das ist mir abbrechen nein wir fahren jetzt nein ich mitten trinke ich raus das ist mir scheißegal spätestens 11 bin ich weg wir haben jetzt schon wieder gedreht ne machen wir eine XXL Folge raus ja genau alter mit dem letzten mal schon den streck bis zu beenden ich habe da nur ich habe da nur ich habe da jetzt gesehen ich habe gedacht eine runde alter ich fahre doch keine zehn runden also über zwei stunden hola mi amigo ich habe mit dem örtlichen ferrari club gesprochen und es hieß es könnte um Klassikum einer Stadt warum nicht ich war doch ganz entspannt ich kenne der wen man nachsehen kann warum hätte man so gut Landry gemacht nicht jetzt mann ich habe nur einen Geburtstag zu feiern doch hat niemand Geburtstag erst ab 0 Uhr ja aber ich würde gleich mit rein feiern und nicht erst um 0 Uhr da auftaucht ey ich bin der erste Dega ey einfach zehn runden ups legt komm dann machen wir jetzt direkt mit dem PIL 500 oder PIL 50 wo kann man die Kabel weiß Digga nee alter doch komm ein halbes stu... mehr als eine halbe stu... mehr als eine halbe stu... oder was meiner fährt 260 meiner ist... bei meinem ist bei 184 Schluss Das ist halt Pech Du hast dein Ziel erreicht Let's go, wir fahren Goliath, aber bloß rückwärts Okay So, jetzt will ich mal gucken, weil Crazy German sagte irgendwas von seinem Setup Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was der für eine Leistung hat Wo sind wir das denn? Mit dem Peel 50 dauert es 45 bis 50 Minuten Alter, bist du jetzt schon gefahren mit dem Ding, oder was? Die sind alle bescheuert hier, ey Nee, Alter Junge, ihr habt doch alle kein Leben, Mann Hört sich aber entspannt an Klar, ey, nicht normal Er ist doch safe zu einem, der die ganze Zeit nur Peel fährt Also Crazy German, dein Setup ist doch mal nicht dabei Ja, da muss ich jetzt einmal Und noch Ding da hin Im Festival Alter, Spitzengeschwindigkeit 430 fast Bei mir ist bei 376 der Arsch ab 431 ist das Höchste Ich jetzt gefunden hab 431? 432 sogar jetzt Er hat den nicht auf X getunt 433 Und 409 Der Willis Jeep ist auch lustig Keine Ahnung, welcher das ist Ich hab hier nur auf S, Y und X Mehr hab ich jetzt nicht Ich hab die noch nicht Hab ich nicht Auch ein Witz Warte, ich muss jetzt gleich mal kurz verschauen Wenn Wenn das Wenn ich die Karre jetzt hab Da drinnen finde Dann Dann fahr ich mit der Und das mit Pepperwoods Design Ja genau Müssen wir jetzt nur sagen, wann ihr Startler seid Ich wollte es nicht machen überhaupt Nur eine Runde die Strecke Ich 10 Warte mal, wie schnell kehrt ein Fertikarri Ist das halt jetzt die Frage Ich bin bei euch, ich bin ready Nur noch chasen Ja, ich muss jetzt immer kurz schauen Ja, dein kurz ist immer eine halbe Stunde Tatsächlich nicht Ja, Kevin, jetzt geht's los Wie hab ich denn da jetzt gerade gebumst? Ah, Massage Ich, aus Versehen, hab nicht gesehen, dass du von hinten kommst Sorry Ehrlich, bei mir war es keine Absicht Hab dich richtig von hinten gebombst, ey Mhm, ich hab's gespringert Jason ist jetzt fertig Ja, ich komme raus Dann können wir Ja, leg einfach los Ich will darüber mitmachen und nicht Ist sein Problem Also ich weiß nicht, was Crazy German dafür ein Auto hat Aber das ist schon nicht ganz, sieht auf jeden Fall nicht ganz ohne aus Denkratz muss ich sein, dass es das nimmt Er hat safe, was weiß, der hat safe alle Autos, man Also wenn der auf Level über 600 ist, ne Dann kennt er auch gefühlt Jedes Auto hier und weiß, wo man was rausholen kann Hä? Ich kann nur mein S2-2-Ding Ich kann auch nur mein S2-Ding nehmen Ich kann auch nur mein S2-Ding nehmen Ich kann auch nur mein S2-Ding nehmen Ich hab jetzt einfach nur Nein, ich hab einfach wie immer Ich bin oft da drin gegangen Und hab dann hat er bei mir das ausgewählt Bei der Erstellung eine Fahrzeugbegrenzung Das ist ja egal, auch nicht schlecht Ist ja ein scheißegal, wo man mit dir fährt Ich muss nicht gewinnen Ne, wir können alle mit dem BTR fahren Also nicht, wenn Crazy dabei ist, muss ich nicht gewinnen Ne, ne Crazy kommt ein anderes nehmen Ja, wir haben alle ein anderes Oh, und Marcel hat auch ein anderes Ich wollte ja auch eine Seite mit Party nehmen Das ist die Kategorie Alter, wo will der denn hin? Der weiß halt, wie gut fährt Ach nein, die Karte scheiße Das ist dein Auto wieder schuld Meine Corvette ist auch nicht das Ich komm klar Ne, die Kupen, ich bin gerade Ich bin, äh, vierter Ich hab gerade komplett eingelenkt Und der fährt, und der fliegt trotzdem noch aus der Kurve raus Sowohl das blaue, äh, wohl das blaue war Tschüss Ich bin die Letzter Doch Nein, ich bin jetzt die Letzter Ha, nicht mehr Bei mir ist stark die Tabelle Ich bin immer noch Dritter laut der Tabelle Jetzt bin ich Was, mit bin ich Dritter? Jetzt bin ich Vierter noch, obwohl ich Letzter bin Jetzt bin ich Letzter Boah, Alter, ich bin mit dem GT-Fahren echt nicht mehr gewohnt Ich bin mit dem Auto ja auch nicht mehr gewohnt Scheiße, scheiße, scheiße Ach du heilig ist diese Kurve, Kackel Was? Ja, vor allem, ich bin viel zu weit rausgerutscht gerade in der Kurve davor, Alter Nein, das... Was? Checkpoint verpasst? Ah, ich bin der Letzter Weil ich einen Millimeter dahinter vorbeigeschleitet bin Was, ein Rotz Ah, ich bin, ich hänge auf dem Stein fest Im Gleitgehil Ne, Vaseline Also das Rennen habe ich verloren auf jeden Fall Das habe ich zu 100% verloren Das ist nicht mein Erster heute Ja, aber als Letzter Ja, aber als Letzter Ich bin ehrlich, als über Rennspiel zu probieren Keine schamlichen Scheiße im Rennspiel Kein schlechter Fahrer bei OKL Ich bin eigentlich ziemlich gut Shooter habe ich da tausend an Ja, man muss das ja auch mal so sehen Ne, ich und Daniel, wir sind ja auch ein bisschen älter schon als Marcel Ne, wir haben ja auch schon ein paar Jahre mehr alle Koppel auf dem Rücken Ja, dann haben wir auch viel Auto reingespielt die erste Zeit, ne? Ja, ja, ja Ich bin Need for Speed und so weit alle groß geworden und so mit den ersten Teilen damals Ey, ich habe ja schon Rennspiele gespielt, ey, da hat Marcel noch unter den Pampers geschissen Wo ich Rennspiele gespielt habe, da habe ich an Marcel noch nicht mal gedacht Digga, ich bin mit Shootern und Uncharted groß geworden Ich auch Ja, und ich mit Rennspielen Aber auch mit Rennspielen Ja, und ich mit Rennspielen Das Einzige, was ich groß gespielt habe, war Need for Speed's Rivals und ist just for fun Auch nicht mit Rennspielen Das erste Rennspiel war Need for Speed 101 Und dann ging es aufwärts Jedes Need for Speed Spiel Jedes Der erste, was ich gespielt habe, war Need for Speed 3 Das war das erste Und dann ging es immer höher Dann mal Colin McRae Oh, 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 oh Jetzt muss ich zurückspulen Ja, das ist ein absolutes Scheiß-Tuning auf dem Auto Ich bräuchte mal dringend wieder die Map, die ich gerade hatte im Auto hier, ey Der sich die Kurven so hart nehmen kann Nein, nein, nein Ja, jetzt hat er mich einfach wieder gut eingeholt Ja, bei mir ist der Vorzeit, ich brauche nicht lange, um mit dem Auto klar zu kommen Alter, Crazy ist schon so weit vorne, ne Ich schwöre bei Gott, ne Wahrscheinlich werde nicht mal ich das ins Ziel reinschaffen mit den 30 Sekunden Wenn du das so reinschmuckst, dann könnte ich das auch vielleicht noch reinschaffen Ich bin nicht gerade weit hinter dir Ich sag, der braucht nicht mal 10 Minuten für das Rennen, bin ich ehrlich Also meine Bestzeit war vorhin, ich hab' ich gesagt, 12.36, also ich glaube unter 10 Schaffst du's nicht, da zu fahren Ich werde es 12.24 oder wie du wolltest, oder 12.26 Ich glaube, wenn es jemand, der die Strecke wirklich auswendig lernt und nur fährt, schafft das auch noch unter 10 Minuten Ja, aber in meinen guten Runden hab' ich auch nicht so viel, so viel Scheiße gebaut und so Also, da nochmal zweieinhalb Minuten rauszufahren Wenn du alleine fährst, dann kein Problem, dann kannst du das schaffen Ja, ich rede ja jetzt gerade so um alleine und so Ja, vielleicht mit einer anderen Autoklasse, wenn du irgendwie was Spezielles hast Und mit Handling und so was auch Aber so jetzt, wie ich fahren mit dem GTR Und aus Sehe ich da keine Runde unter 10 Minuten Also ich bin immer noch hinten im Wald, Alter Also Papa und ich war gerade bei den Möbel unten Ja, ich hab Grenzen gerade überholt Sehr gut Checkpoint verpasst, wat, bi, warum, so Also manchmal, wenn du so leicht an der Flagge vorbeifährst, nimmst du manchmal aber auch nicht Du musst ja durchfahren, dann nimmst du definitiv, kriegst du was Ja klar, aber ich mein, manchmal wenn du leicht dran kommst, nimmst du das, aber manchmal nimmst du das auch nicht Ich bin ja richtig Ich bin einfach nicht Kommen, da hinten dauert die ganze Zeit nur Flammen raus Bei wem? Bei mir Bei mir Bei mir raus Ich geh halt jetzt so auf den Sack. Nee, ich eigentlich nicht. Ich orientier mich da so ein bisschen mit dran. Wenn ich hier nur rauskomme, dann hab ich den perfekten Gang dafür. Oh fuck, verbremst. Unser Geländerausflug! Weil die ganze Zeit nur Tram auf Gas steht, bringt nämlich teilweise gar nichts. Ich bleibe nicht drüber auf Gas stehen. Ich geh vor jede Kurve vom Gas runter. Ich geh auch jede Kurve vom Gas runter. Hab ich gerade gesehen, wo wird meine Stoßlange berührt. Wenn's Zeit muss, kommt sogar die Bremse noch zum Einsatz. Ich kann gerade weit nach vorne gucken auf der Karte und ich sinke nicht. Ich kann, ich bin auch, ich geh jede Kurve vom Gas runter. Komm, ich bin eh letztlich, schau mal, woher. Ich brems jede Kurve. Ja, ich auch. Also ich sag nur so, crazy ist kurz vor dem Autobahnkreis bevor die Autobahn losgeht. Er kommt gleich auf die Brücke, wo er in den Dschungel führt. Ach, du Scheiße. Junge, crazy, Alter. Bitte. Ich wollte einfach den Namen. Könntest du gleich noch mal vorm Ziel warten? Also das Crazy hat er sich im Namen auf jeden Fall verdient. So fahren kann er. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einen Lenkrad oder so angeschlossen hat. Marcel und dem willst du bei uns im Team haben? Bist du bekloppt? Ja, hallo, wir machen ja nur heute Karte. Der fährt uns alle in Grund und Boden. Wer redet davon, dass wir doch alles mit Forster spielen müssen? Pass auf, jetzt spielt der, äh, 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 äh. Jetzt kommt er irgendwann zu, Alice dazu, Alter, mit seinen Treckern und fährt der plötzlich 300. Also wenn wir mit Fang spielen in GTA und der da dabei ist, ich glaub der rasiert uns den Grundenboden. Also er hat vorher schon in Chat geschrieben. Er hat vorher schon in Chat geschrieben, wenn er in GTA mitmacht, sieht das anders aus, wenn Matze abhaut. Ja, die Herausforderungen muss ich gerne haben. Ich hab gerne mal einen Gegner, aber keine Opfer. Arschloch. Fick dich. Aber ganz ehrlich, ich komm mal klar mit. Ich weiß, dass ich's nicht kann. Moin! Da kommen wir gleich schneller von uns aus. Ich bin jetzt jetzt in der Wüste, okay. Ich hab nicht geklappt, Entschuldigung. Weißt, jetzt, jetzt hab ich so ein bisschen das Auto drin. Ey, jetzt ist es auch gut, ich hab was auf dem Löff. Alter, kaum spielen wir im Forza, haben wir jede Menge Zuschauer und Leute wollen mitmachen. Wir müssen öfters Forza spielen. Gibt's hier Trecker? Wir verlegen, fahren nur öfter hierhin. Ich würd's grad sagen. Ich fahr mit Turo-Hexler. Ich bin Turo-Drescher. Ich nehm LKW. Gut, gibt's hier ja schon. Haha. Okay, ich hab keine LKW. Die sind aber nicht schnell. Die LKWs sind aber nicht schnell. Stell dir mal vor, Goliath mit den LKWs, Mann. Oh, eine Katastrophe, weil die Rutschen nur. Ich bin jetzt auf der großen Brücke. Ich bin jetzt gerade neu im Wald. Dann ist er fast safe, fast durch. Also, er ist im letzten Viertel. Er kommt zu den letzten Kurven und dann nur noch gerade unter dem Strand. Baum. Das hat mich jetzt der dritte Platz gekostelt. Du bist eh die ganze Zeit noch im vierten Uhr rund. Ja, ich war grad grad für die richtige... Ich hab grad am Arsch grad grad schnüffeln. Ja, und? Da ist noch lange, dass ich noch so vorbeikommst. Jetzt kann die Ärsche ratschen. Unter, unter 11,5 Minuten, dann ist er durch. Sag ich jetzt. Ja, okay, dann schaffen die weiter das nicht mehr, Papa. Ich komm jetzt noch auf der Brücke. Der Vorbeil ist doch scharf! Aber ich bin jetzt noch auf der Brücke. Du scharst das auch. Ja, ich auch. Bei mir ist auch ungefähr 346 der Arsch ab. Oh, scheiße. 346? Ja. Ich bin es jetzt auch nur 370. Wie? Was hat was? Weee, da hat man ein Baum. Ey, genau in dem hab ich auch gerade ergangen, Jason. Also er ist jetzt auf der Brücke. Ich hab aber auch nicht abgebremst. Ich fall's eh nicht mehr, weil ich schaff's nicht. Fertig. Ich hab gebremst, aber auch. Oh. Daniel und Jason lassen sich Kopf an Kopf, Ben. Matze so im Mittelfeld. Und... Drei... Zwei... Eins... Crazy passiert. Fizzi Linie. Nein! Er hält davor an! Er hält davor an! Er bleibt stehen! Was macht er? Der war bei 1140 oder wann? Ne, war der sonst nichts? Nein! Ich konnte nicht abbremsen, sorry. Crazy hast du nur geguckt, zu welcher Zeit du jetzt am Ziel standst, Alter, ich will ein bisschen was für eine Rundenzeit gehabt jetzt. Das war 1130 oder 1140, sowas. Alter, das ist nicht normal, ey. Ich bin 1236 vorhin gefahren, das war schon ein Kampf. Ich 12... Ich fang nur 12 weggefahren, Alter. 1134. 1234. Junge... Crazy, Alter. Crazy, crazy... Junge... Er weiß... Bis weg. Also die... Level 600... Ja, okay. Wie weit sind die noch hinter mir? Lohnt es auf die zu warten, oder... Nein, nein. Zieh durch. Ich bin jetzt gerade erst in den Dschungel gekommen, weil ich habe eh... Oh fuck, jetzt muss die Kopf mit sich kriegen. Ganz ruhig. Also auf mich müsst ihr nicht warten. Zieh ruhig durch. Ja, fahr ruhig im Spiel. Sein Auto ist nicht mal eingestellt. Stell dir mal vor, das Auto wäre noch eingestellt worden. Ja, also ich... Wenn ihr jetzt noch so... Zwei, drei Minuten warten könntet, das wäre ich bei euch. Ja, zwei, drei Minuten, Alter. Ja, oder so... Ja, so zwei Minuten. Zieh durch, Matze. Zieh durch. Ich bring's zu Ende. Ja, zieh durch und fertig. Ich möchte nämlich auch... Weil... Es kam schon jemand hoch, der gesagt hat, ob ich auch mal rumgekommen möchte. Also mit dem her, zieh durch. Ich... Ja, ich hatte die eine Kugel voll verkackt, ey. Aber ich muss ehrlich sagen, Razy... Razy crazy. Also bitte nicht. Alter, Respekt, Alter, wie der fährt. Fettes Respekt. Ich war ja jetzt noch wieder langsam. Ich habe jetzt 13,4 gebraucht, ey. Der war ja... Der war ja... War dann 11,30 oder was? 11,34. Also gut, wir müssen... Wir müssen ja auch sagen, bevor wir crazy ins Team aufnehmen können, So sollte er auch Alice spielen. Ich schätze ihn nicht so wie ein Alice, wie leid, wenn der Level 600 in Forza ist, Mann. Schade, knapp. Oh, Alter. Alter. Ja, vorhin haben wir den Bomben gefasst, da ist von Jason Brand vorbei. Ja, aber auch nur, weil ich den... Weil ich der... Weil der nicht so schnell gebremst hat. Und deswegen konnte... Deswegen habe ich dich auch von ihm angeschoben. Er fährt nur mit Langgrad, wenn er driftet. Er ist gerade mit... Alter, crazy, Mann. Und er schaltet selber. Oh, ich muss... Ich habe übelsten Respekt vor Leute, die selber schalten und das verdammt gut können, weil das muss man können. Das selber schalten. Vor allem musst du das fahren, du musst die Kurven, das schalten, du musst alles in gleichzeitigem Blick haben. Ich finde, du kannst schon stolz sein, dass du überhaupt ins Ziel gekommen bist. Ja, verdammt Respekt vor... Klar, mit selber schalten kannst du manchmal noch ein bisschen mehr rausholen, weil das... Du selber ein bisschen später du früher schalten kannst, aber es ist verdammt Respekt. Ja, vor allem teilweise finde ich in den Kurven schalten... Schaltet das Spiel auch nicht. Also, für mich ist jetzt auf jeden Fall Ende. Ja, wir müssen auch noch Bilder machen, Marcel. In 100 Metern. Aber dann schnell. 300.000! Durchmüßt bin ich ja! Jetzt die Frage, sind wir doch alle in der gleichen Lobby, oder? Ja, mit welchem Auto denn, Matze? Soll ich den Bugatti nehmen, oder diesen hier? Nimm diesen dann, und den Bugatti für das Erste. Du bist ja vorhin in der ersten Folge schon den Bugatti gefahren. Ja, aber bevor wir jetzt Fotos machen, würde ich sagen, gehen wir hin und verabschieden uns dann erstmal aus der Folge raus. Also Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, und wenn wir mal öfter Forza zocken sollen, und ihr vielleicht auch mal mitmachen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein, und lasst den ganzen ein Däumchen nach oben da. Ja, auf jeden Fall. Danke für Crazy. Also mitfahren war auf jeden Fall lustig. Ja, vielen Dank. zu sehen, wie das aussieht, wenn man jemanden hier mitfahren lässt, der wirklich fahren kann, um es mal so auszudrücken. Und ja, da würde ich an dieser Stelle sagen, sind wir heute raus, habt noch einen schönen Tag, macht es gut, und tschüss! Heide, tschüss! Ciao, ciao! Bye, bye! Ey, guck dir mal den GTR an, den der hat. Wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht. Das ist aber der alte. Tschüss! Tschüss!